Was dieses Projekt sich zum Ziel gesetzt hat, ist zu hinterfragen, ist die Figur, die wir über die Jahre aus dieser Frau gemacht haben, wirklich so eindimensional, wie sie in den letzten 60, 70 Jahren dargestellt wurde? Ist es vielleicht für eine gesunde Geschichtsrezeption wichtig, die Widersprüche einer Figur und einer Person zu untersuchen? Und das haben wir sehr intensiv, meiner Meinung nach, getan, auch aus einer schauspielerischen Perspektive, um sie überhaupt spielbar zu machen, zu hinterfragen, nicht nur was sind ihre Wünsche oder was ist ihr Ziel gewesen, sondern was sind auch ihre Ängste gewesen, was sind ihre Zerrissenheiten, woran ist sie verzweifelt und woran hat sie gezweifelt, ich auch sehr richtig finde.